Na, dann schauen wir halt, was Vektoren so alles können. Du siehst hier einen Punkt und einen Pfeil und du weißt ja schon, der Punkt ist fix, der hat die Koordinaten 1 und 4 und der Pfeil hat die Koordinaten, zählen wir geschwind mal ab, 1, 2, 3, 4, 5 und minus 2. Und du weißt schon, der Punkt ist nicht verschiebbar, der Pfeil ist jederzeit verschiebbar. Ja, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir einen Punkt und einen Pfeil aneinander hängen. Dann haben wir hier einen Punkt, von dem Punkt geht ein Vektor weg und der Vektor zeigt jetzt zu einem anderen Punkt. Ja, und dieser andere Punkt hat jetzt die Koordinaten, die sich ergeben, wenn ich die Koordinaten von P und die Koordinaten von U ganz einfach addiere. Also, wir haben ja gesagt, P hat die Koordinaten 1 und 4 und U hat die Koordinaten 5 und minus 2. Naja, dann sieht das so aus. Hier ist U, hier ist P und wenn ich diese beiden addiere, dann kriege ich eben, naja, 1, 4 plus 5 minus 2, alles zeilenweise addiert. 1 plus 5 ist 6 und 4 plus minus 2 ist dasselbe wie 4 minus 2, ist 2. Und 6, 2 sind genau die Koordinaten vom Punkt Q hier. Und das bedeutet, immer, wenn du die Koordinaten von einem Punkt suchst, also zum Beispiel, wenn es steht, berechne die Koordinaten vom Punkt Blubber oder geben sie die Koordinaten des Punktes Fasel an, dann nimmst du genau diese Methode durch, suchst dir einen Startpunkt und zählst einen Vektor dazu. Jetzt haben wir zwei Vektoren. Und weil ich die Vektoren ja beliebig verschieben kann und die Position im Koordinatensystem deshalb egal ist, blende ich jetzt gleich mal das Koordinatensystem aus. Das brauche ich nicht. Weil für die Koordinaten des Vektors muss ich ja nur vom Anfangspunkt zum Endpunkt gehen. Und da habe ich jetzt diesen Vektor C, der hat die Koordinaten 2 und 3. Plus 2 und plus 3. Ja, und wenn ich jetzt die beiden Vektoren addieren muss, dann muss ich sie nur hier aneinanderstückeln. Und der Ergebnisvektor, der geht jetzt die Luftlinie vom Anfangspunkt bis zum letzten Endpunkt, wo ich angekommen bin. Also ich könnte mal sagen, wenn ich die beiden Vektoren U und C addiere, na ja, dann gehe ich zuerst U entlang, dann gehe ich C entlang und das Ergebnis ist dann die Luftlinie, die ich gegangen bin. Natürlich bei einer Addition kann ich die beiden Komponenten auch umdrehen. Also ich könnte den Vektor C genauso gut hier nehmen. Das mache ich jetzt mal schnell. Ich kann den beiden Vektoren jetzt nicht dieselben Namen geben. Also dieser Vektor C1 entspricht ganz genau dem Vektor C hier. Und GeoGebra erlaubt mir halt nicht, dass sie dieselben Namen bekommen, obwohl es eigentlich dieselben Namen bekommen sollten. Ja, und dieser Vektor U1 ist derselbe Vektor wie der Vektor U hier. Und du siehst, ich hätte genauso gut die Reihenfolge hier umdrehen können. Also zuerst den Vektor C nehmen, dann den Vektor U nehmen, komme ich genauso hier an. Die Physiker nennen dieses Ding übrigens Kräfteparallelogramm. Und das brauche ich immer, wenn zwei Kräfte an einem Punkt gemeinsam anziehen. Und dann habe ich hier in der Mitte diese Diagonale hier, also das Ergebnis der Addition ist dann meine resultierende Kraft. Man kann einen Vektor auch mit einem Skalar, also mit einer Zahl multiplizieren. Und dabei passiert genau das, was man ohnehin erwartet. Das heißt, wenn ich hier einen Vektor U habe und ich multipliziere diesen Vektor mit 1, naja, dann passiert gar nichts. Der Vektor ist genauso groß, der Vektor V, den ich da kriege, ist genauso groß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Vektor mit 2 multipliziere, dann verlängert er sich ganz einfach auf das Doppelte. Ja, und wie gesagt, genau das passiert. Ich kann mit diesem Schieberegler K hier meinen Faktor verschieben. Wenn das K 0 ist, bekomme ich den Nullvektor. Wenn das K in den Minusbereich reingeht, naja, dann dreht sich der Vektor um 180 Grad. Ich kann das K auch mit Minus 1 nehmen und dann kriege ich einen Vektor, der genauso aussieht wie der Vektor U, genauso lang ist, nur halt in die Gegenrichtung zeigt. Ja, rechnen kann man das ganz genauso. Hier ist wieder mein Vektor U und angenommen, ich rechne jetzt 4 mal U. Naja, dann passiert genau das, was ich ohnehin erwarten würde, das passiert. Nämlich, dass sich beide Koordinaten von U vervierfachen. Naja, schauen wir uns das mal an. Also aus 5 wird dann 4 mal 5, also 20. Und aus Minus 2 wird dann 4 mal Minus 2, also Minus 8. Ich kann den Vektor U hier auch nochmal mit Copy und Paste einsetzen. Dann sieht man das vielleicht besser. 4 mal 5 ist 20 und 4 mal Minus 2 ist Minus 8. Ja, und so funktioniert das bei jedem Vektor und mit jeder Zahl, die da vorne steht. Das waren auch schon fast alle wichtigen Sachen. Eine wichtige Rechnung kommt noch, die fällt hier ein bisschen aus der Reihe. Deswegen will ich sie im nächsten Video besprechen. Dann kommen Sie mit 1 mal 5 mal 3 mal 1 mal 5 mal 5 mal 5 mal 1 mal 5 mal 5 mal 4 mal 5 mal 5 mal 5 mal 2 mal 6 mal 5 mal 6 mal 6 mal 6 mal 6 mal 6 mal 9 mal 5 mal 7 mal 6 mal 7 mal 7 mal 9 mal 6 mal 7 mal 8 mal 6 mal 7 mal. Vielen Dank.